Willkommen zurück zu Moonlight Sun. Ich war gerade ein bisschen voreilig und bin schon hier in ein Event gelaufen, wo ich eigentlich noch gar nicht rein wollte. Nur mal kurz zu den Dingen, die ich in der Zwischenzeit gemacht hatte. Ich bin mit Ellie so ziemlich in jeder Stadt rumgelaufen und hab nach irgendwelchen aufknackbaren Truhen geschaut, weil ich ein Schurke bin. Die Truhenportant hab ich hier aufgemacht, wofür man Celia braucht. Da war eine Sense for Liori drin. Und wo gab's noch was Wichtiges? Ah ja, genau, im Gutshaus der Jägerin hinten im Hinterraum. Da findet man auch nochmal Yoko plus, ich glaub, ein bisschen Gold- und Silberstaub. So, danach hab ich Karasuma in der Arena getroffen und Tenma in Kiyu, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaub, man muss sie auch in der Reihenfolge finden, weil ich kann mich nicht dran erinnern, dass Tenma vorher da schon stand. So, und dann sind wir wieder zurück im Gasthaus von Taiko, wo wir sie ja hingeschickt haben und damit geht's weiter. Tenma! Karasuma! Hey! Ignorier mich nicht! Du musst weiter Manga zeichnen, Harima. Aber der einzige Grund, dass ich Manga gezeichnet hab, ist Tenma. Das könnte eine Weile dauern. Vielen Dank für eure Hilfe. Hier, nehmt das als Dankeschön. Wey! Eine Scherbe des Sonnenspiegels. Yippie. Kraft. Hm? Nett. Jetzt hab ich drei davon. Sehr schön. Silfido. Was auch immer das ist. Winzichel 3. Okay. Und ein magisches Kettennamb. Ja, passt schon. Vielen Dank, aber nach all der Rennerei hätte ich schon gerne gewusst, wie die Geschichte hier ausgeht. Ja, ich will es auch wissen. Tut mir leid, aber das wird sehr persönlich. Wir werden uns sicher wieder begegnen, dann erzähle ich euch alles. Gab's dafür für die ganze Situation eigentlich ein Ende wirklich? Ich glaub nicht, oder? Ach man, oh. Sei nicht enttäuscht. Wie gesagt, wenn wir alles besprochen haben, sage ich euch, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ich kann mich schon nicht mehr dran erinnern, das ist zu lange her, dass ich das mal gesehen hab. Okay, so. Äh, eine Scherbe des Sonnenspiegels. Das heißt, wahrscheinlich, wenn man die Quest mal verpasst, dann kriegt man den Sonnenspiegel nicht. Wow. Gut, dass ich's bei diesem Mal durchspielen dann noch gemacht hab. Bei meinem, äh, Demo-Let's-Play hab ich das ja verpasst. Okay. Okay. Ich wollte zuerst in die Ruinen von Chiose. Nehmen wir auch thematisch korrekt mal Ellie aus dem Team. Und Minara rein. Äh, solange ich eigentlich nicht gegen den Boss kämpfe, nehm ich noch ein bisschen Liuri mit. Warum auch nicht? Hm. So. Rockt. Okay. Also, er hat jetzt in letzter... Äh, ich bin immer wieder völlig falsch gelaufen. Äh, in letzter Zeit einige ziemlich gute Essenzen bekommen. Muss ich sagen, also... Hm. Das ist halt der Nachteil an Carina. Sie hat im Grunde, also zumindest zur Zeit, einfach nur Schadenszauber. Sie haut zwar sehr stark rein, aber... Und jetzt wohl Liuri... Doch teilweise... Halt hier wollte ich doch gar nicht... Und nicht von hier rein, sondern von oben. Und einmal abgekürzt. Jawohl. Genau. So, dann wollen wir doch mal sehen, ob Jump hier wirklich funktioniert. Das ist schon lange her, dass man mal einen Spirit beschworen hat. So, Äh, Apfelwein, Apfelwein, Apfelwein. Woher bekommst du's? Ich beschwöre lieber Jump. Ich hab keine Lust, dort hinunter zu fallen. Äh, das wollen wir bestimmt alle nicht. Hm, was auch immer das ist. Ist bestimmt noch schlimmer, als in den Energiestrom zu fallen. Das haben wir ja schon hinter uns mehrfach. Ach, endlich, ich hab schon so lange nichts mehr außerhalb des Kampfes beschwören können. Mhm. Auch nicht innerhalb des Kampfes. Zumindest nicht, was ich aufgenommen hab. Denn innerhalb wäre es ja eine pinke Katze mit roten Pupillen und ihre drei Schwänze sind mit Klebeband zusammengeklebt. Ja, fantastisch. Jump, als deine Meisterin befehle ich dir, bringe uns über diese merkwürdige Schlucht und zwar am besten fortan immer, wenn wir uns an den Rand stellen, ohne dass ich dich jedes Mal rufen muss. Danke, dass du mitdenkst. Please. Auf geht's. Joink. Super, jetzt können wir uns hier umsehen. Ja, das können wir. Okay, Jump, gute Arbeit geleistet. Ach, schau einen an, die Kleine ist auch noch da. Renola? Minava, du bist also gekommen. Was ist hier los, diese Schreie und all das Feuer? Es ist das große Feuer der Göttin. Sie verbrannte uns darin als Strafe für das Verbrechen, euch Kinder beschützt zu haben. Ja, das ist ja auch so böse, Kinder zu beschützen. Die würde ich auch sofort alle verbrennen. Gehört sich einfach nicht. Aber das ist ja grausam. Nein, das ist vollkommen richtig so. Grausam ist das, was einige Brüder und Schwestern taten. Was meinst du? Es gab Angehörige des Göttervolkes, welche die Schuld, nicht perfekt zu sein, allein auf die Eltern und Kinder schob. Denn nur diese sind in die Ungunst der Götter geraten. Als sie dann letztlich völlig die Beherrschung verlor und unser Volk nahezu auslöchte, manifestierten sich diese bösartigen Gedanken der kinderlosen Angehörigen des Göttervolkes in einem grausamen Monster. Ein Monster? Ja, wir nennen es nur... Das große Feuer! Und man muss es so betonen, ansonsten... Das große Feuer! Exakt. Immer wenn unsere Seelen nahezu vollschnittlich verbrannt ist und droht zu erlischen, sodass wir endlich erlöst werden würden, kommt diese Bestie zu uns, um uns erneut in Flammen aufgehen zu lassen. Dann sind die Schreie, die wir seither von den Ruinen aus hören können, also... Richtig, Carina, es sind die Schreie unserer gefallenen Brüder und Schwestern, wenn ihre Seelen erneut in Brand gesteckt werden. Aber das ist ja grauenhaft, wir müssen etwas dagegen tun. Jawohl. Colette, bist du das? Nein, ich sehe nur so aus. Äh, sie verwechselt mich. Es ist gut zu sehen, dass nicht alles umsonst war und zumindest ein paar Kinder überlebt haben. Dein Gesicht, du hast Schmerzen, können wir nichts tun? Wenn das Feuer gelöscht werden könnte, könnten unsere Seelen entfliehen. Hm, wie wäre es mit dem, ähm, mit dem Wasser, was wir letztens geholt haben? Das wird nicht klappen. Dann bitten wir Celia, Watery zu beschwören und... Normales Wasser funktioniert nicht, sonst hätte der Regen schon lange unser Problem gelöst. Dann suchen wir nach einem anderen Weg, euch zu helfen. Bitte, ist das okay? Natürlich, Envy, wir werden etwas finden, womit wir euch von diesem Feuer befreien können. Vielen Dank, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, irgendwann erlöst zu werden. Dieses Mädchen, Envy, habe ich sie schon mal gesehen? Ist sie nicht auch? Was, ein Kind des Göttervolkes? Nein, 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 nein. So, ich gehe mal stark davon aus, dass wir das schon löschen können. Na, oder, oder, oder? Benola, lass uns versuchen, die Flamme mit diesem Wasser zu löschen. Ich spüre viel Magie von dieser Wasserflasche ausgehen. Was ist das für Wasser? Sprite. Es ist Amira-Quellwasser. Laut den Leuten in Naruk soll es jede Art von Feuer löschen können. Na, mal sehen, ob das keine irreführende Werbung ist. Verstehe. Dann lasst es uns versuchen. Und weg ist sie. So, jetzt haben wir die ganze Flasche aufgebraucht. Würde ich sagen, müssen wir ein Eis holen, ha? Die Flamme ist weg. Hat es funktioniert? Das ist nach all der Zeit. Bin ich tatsächlich frei? Und Tschüss. Sie ist verschwunden. Scheint funktioniert zu haben. Ich bin frei. Danke, ich danke euch. Doch bitte, es gibt noch mehr von uns. Bitte erlöst auch meine Brüder und Schwestern. Ah, muss ich dann nochmal komplett durch das Ganze... Könnte ich machen. Man sollte theoretisch eh von oben in den alten Teil der Ruinen reinkommen. Mal sehen. Die werden ihnen helfen. Minerva, danke. Sei stark und hüte dich vor dem Feuer. Ah, gruselig. Gehen wir. Hm, okay. So, Jungs. Euch ignorieren wir mal. Ha, 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 ha. Helfen wir dieser brennenden Seele. Musst du das jedes Mal kommentieren jetzt? Oder ist das das einzige Mal? Dieses Licht, was ist das? Minerva, bist du das? Nimm meine Hand. Colette, was ist passiert hier? Ein Ladebildschirm von Assassin's Creed 3. Was ist das hier? Seid ihr diejenigen, die endlich meine brennende Seele von dem Feuer der Götchen befreit haben? Nein, das war eigentlich Kalas, der dich mit Wasser bespritzt hat. Das, das ist du, du unseliges Kind. Hey, nicht Colette beleidigen, ja? Meinst du mich? Nein. Wie kannst du es wagen, mir unter die Augen zu kommen? Du, die du uns hast alle in den Tod getrieben. Jetzt halt mal die Luft an, oder wir lassen dich weiter brutzeln. Was sollen diese grundlosen Anschuldigungen gegen Minerva? Mein Bewusstsein schwindet, wie ironisch vom Feuer befreit, welches ihr uneinigen Kinder selbst entfacht habt. Minerva, ich wünsche dir das gleiche Schicksal, das du uns allen beschertest. Anlösung? Okay. Mama, ich bin doch nicht das einzige Kind des Götterfolges. Also warum nur ich? Weil du, äh, was? Weil du ein besonderes Kind bist. Direkt des Kind der Götten, oder sowas? Hey, schaut mal, sie werden schlechter. Kann das sein? Werden sie durchsichtiger? Helfen wir der brennenden Seele? Wusch. Da müssen wir uns jetzt von jedem Geist beschimpfen lassen. Dieses Licht schon wieder? Hm, scheint so. Es ist ein Engel. Minerva, Minerva, bist du das? Bist du gekommen, um uns zu retten? Ja, wir löschen die Feuer. Mhm. Da, da war doch mal jemand freundlicher. Ihr seid das also. Was, was ist das? Ist da noch wer? Ihr seid diejenigen, die die Flammen der sündigen Seele löschen und so dem Feuer die Kraft nehmt. Der Feuer? Bist du etwa? Ich bin das große Feuer. Und ich werde auch eure Seelen verbrennen, wenn ihr nicht sofort verschwindet und dieses schreckliche Wasser mit durchnehmt. Nein, niemals. Wir müssen diesem armen Seele helfen. Wie ihr wünscht. Wie ironisch. Dass gerade ihr euch für diese wertlosen Kreaturen einsetzt, Colette. Tja, was muss, das muss nicht, wa? So. Ähm. Gehen wir einfach mal hier lang. Und durchdringende Barre Barriere. Ist es wieder eine Elfenbarriere? Scheint da eine Barriere zu sein, ob wir jetzt schon hindurchkommen? Wahrscheinlich nicht, ja. Helfen wir dieser brennenden Seele? Das ist bestimmt... Wenn man diese Seelenflammen mit heiligem Wasser löscht, entsteht ein halluzinogener Dampf, der einen, äh... Ja, halluzinieren lässt. Sie glauben nur, diese ganzen Geister zu sehen, ne? Und, äh, bei zu viel Aussetzung dieses Dampfes, da verliert man komplett den Verstand. Yay! Aber das ist unmöglich. Wie, wie könnt ihr Kinder noch am Leben sein? Wir sind hier, um euch zu helfen. Ja, aber wie kann das sein? Warum ausgerechnet du, du, die all das über uns gebracht hat? Warum... Hör gefälligst du auf Minaba so unter Druck zu setzen? Für seine Existenz kann niemand etwas, und sie ist nicht das einzige Kind des Göttervolkes... Nein, nicht das einzige, aber ein besonderes... Oh, das war der Geist. Na, sag's. Ein besonderes! Lasst uns alle einen Pakt schließen. Wenn jeweils Minaba hier vorbeikommt, dann beschimpfen wir sie alle, dass sie daran schuld, wer sie ein ganz besonderes Kind des Göttervolkes wäre. Aber wir sagen ihr nicht, warum! Was meinst du damit? Warum bin ich besonders? Erinnerst du dich nicht mehr? Du warst das erste Kind. Das erste Kind des Göttervolkes. Oh, da hat jemand den Pakt gebrochen. Tatsächlich. Ah, okay, hier kommt man noch nicht durch. Sowas aber auch. Hi, Jungs, ich ignoriere euch mal, ne? Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm, aber... Ich habe nicht wirklich das Bedürfnis. Tomoyo. Für Carina. So, so. Hier geht's tatsächlich... Aha, jetzt sind wir hier. Okay. Hilfen wir dieser brennenden Seele? Ich interessiert mal, ob die durchsichtigen Kerle da andere sind, als... ...die sichtbaren. Oder ob das nur... Keine Ahnung, Special Effect. Aber das ist ja ein Kind! Minara, Minara, ich wusste, du würdest eines Tages wiederkommen und mir helfen. Oh. Kennen wir uns? Natürlich kennen wir uns! Ich bin's! Sully! Der Bruder von Halli und Gully! Erinnerst du dich nicht mehr? Hm. Hm. Was ist Zilla? Achso, das ist seine Schwester dann wahrscheinlich. Und Zilla! Wir haben eigentlich das Spiel Zilla Zully entwickelt. Und Halli und Gully haben uns die Idee geklaut. Richtig. Los, komm endlich Minara! Wir haben eine riesige Blumenwiese entdeckt. Das musst du dir ansehen! Hey, das klingt ja super! Nichts wie hin! Seid ihr nicht schon dort? Na nun, wer ist das denn? Ups. Uuuh. Noch ein Efeu-Pfeil. Tatsächlich. Wow. Vielen Dank.